Das ZDF hatte es schon im vergangenen Jahr bestätigt, doch nun ist es bittere Realität. Beim Blick ins TV-Programm fällt es direkt auf, und nach dem Abspann des ZDF-Traumschiff dürfte es spätestens auch der letzte gemerkt haben. Der Traumschiff-Ableger-Kreuzfahrt ins Glück ist Geschichte. Ein herber Schlag für die Fans von Florian Silbereisen und den Schmonzetten auf hoher See. Der Grund, man wolle sich wohl mehr auf das Traumschiff konzentrieren. Es gilt, die Marke Traumschiff noch weiter zu stärken, hieß es dazu vom ZDF. Zwar wurde die Kreuzfahrt ins Glück in den vergangenen Jahren immer seltener ausgestrahlt, einige treue Anhänger dürfte sie aber dennoch gehabt haben. Briten-Krimi statt Kreuzfahrt mit Florian Silbereisen Und so zeigt das ZDF am Ostersonntag, 31. März 2024, statt einem weiteren Abenteuer mit Florian Silbereisen mal etwas ganz anderes. Und zwar einen britischen Krimi. Um 22 Uhr geht Signora Volpe im ZDF auf Sendung. Und darum geht es in der ersten Folge. Nach einer beruflichen Enttäuschung nimmt sich die britische Geheimagentin Sylvia Fox eine Auszeit. Bei ihrer Schwester in Italien will sie etwas Ruhe finden. Doch daraus wird nichts. Na, das klingt doch auch unterhaltsam. Emilia Fox statt Florian Silbereisen, wir sind gespannt.